Was wünschst du dir für die Zukunft unserer Erde? Die nächsten drei Jahre entscheiden über unsere Zukunft. Deshalb müssen wir jetzt handeln. Unsere Kinder und Enkel brauchen uns jetzt. Jeden von uns. Überall in Deutschland werden Menschen nun ihre Klimawünsche und Forderungen auf Bänder schreiben. Mehr Artenschutz und auch Klimaschutz in unseren Städten. Ich wünsche mir, dass keine Flächen mehr versiegelt werden. Die Bänder wehen wochenlang für alle sichtbar im öffentlichen Raum. Am Baum im Vorgarten, in deinem Verein, an Kirchen und Schulen und an deinem Fahrrad. So werden die Bänder zum Klimabotschafter. Sie zeigen die große Gemeinschaft all derer, die sich für unsere Erde einsetzen. Sie erinnern Politik und jeden von uns daran, dass wir bei allen Entscheidungen immer die Auswirkungen auf unsere Erde berücksichtigen müssen. Und dann radeln wir los. In zig Einzeletappen bringen wir die Klimabänder aus ganz Deutschland nach Berlin. Medienwirksam mit wehenden Bändern an jedem Rad. Tausende können mitradeln. Auch du. So lange und so weit, wie du möchtest. Aus allen Richtungen kommen wir in Berlin an und hängen die Bänder auf. Sie zeigen die Stimmen des Volkes. Und geben so unserer Erde die Stimme, die sie braucht. Aus allen Richtungen werden wir in Berlin an bestimmt eine große Herausforderung. Die Stimme. Die Stimme. Die Stimme. Die Stimme. Die Stimme. Ein friedliche Stimme. Die Stimme. Die Stimme. Die Stimme. Untertitelung des ZDF, 2020